Wir müssen uns überlegen, was wir danach fertig spielen. Detroit oder Borderlands? Das Schlimme ist, ich selber habe bei beiden keine Präferenz. Ich will beide gerne fertig spielen. Warum hat er mich jetzt... Und heute ist scheinbar Tag der Headset-Geschichten. Das Headset vom Mann spinnt rum und da hat er sich mal galant meins untern Nagel gerissen und bei meiner Nachfrage dann mir seins entgegen gehalten und gemeint, kannst ja heute Abend das nehmen dann. Bei dir ist das ja nicht so dramatisch. Er dachte, glaub ich eben kurz, dass ich ihm irgendwas an den Kopf werfe. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe... Ich glaube, ich hatte gestern schon das Problem, dass ich so einen leichten Wackelkontakt habe, aber es liegt nicht hier an dem Kabel oder so. Das ist einfach nur hier oben. Und das ist ganz schrecklich. Weil ich dann immer auf der rechten Seite auf einmal keinen Ton habe. Oder nur sehr, 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 sehr leise. Das ist gut. Das ist gut. Ansonsten sag Bescheid, ich komme vorbei. No! Wir müssen wieder von vorne anfangen. Oh, du bist doch Kacke-Spiel. Das Ding ist ja, ich kann den da hochziehen, dahin, aber ich kann sonst nichts machen. Heißt, wir müssen hier zu dem anderen Panel kommen. Dann ist nämlich der geblockt und nicht mehr der unten, in dem wir uns hier im Hauptraum befinden. So eine Scheiße. Ich hoffe, die Shortcuts sind noch da. Oh, Gott sei Dank. Das wäre mega kacke. Oh mein Gott. Ah, du weißt ja, ich würde es tun. Ich würde es tun. Oh, oh. Oh, oh. So, einmal. Aua. So. Oh, das war der Einzige. Das war der Einzige. Das war der Einzige. Oh, ganz große Scheiße. Was war der Einzige? Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz große Scheiße. Okay, wir gehen erstmal zurück. Der ist nämlich jetzt dicht. Oh, das ist ja richtig Hirnschmerz, den ich hier jetzt verbrauche. Und davon habe ich doch gar nicht so viel. Ich war übrigens auch am überlegen, ich hätte mal wieder Bock auf Planet Zoo. Ob wir in meinem Urlaub vielleicht den einen oder anderen Tag so ein bisschen Planet Zoo wieder machen. Irgendwie hätte ich mal wieder Lust drauf. Vielleicht machen wir wirklich sowas wie einen Stream-Marathon oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich will eigentlich so viel machen, aber auf der anderen Seite. Ah, die Motivation. Wenn man weiß, ey, ich habe halt Urlaub und ich habe nicht so viel Urlaub. Wie hält sich dann auch wieder so irgendein Grinsen, ne? Ja gut, dann machen wir das jetzt mal hier fertig. Da hinten ist so ein Vieh. Da komme ich auch nicht einfach so lang. Pfeile! Dann gehen wir mal hier lang. Dann muss ich erst was lang rollen. Dann gehen wir hier rüber und rollen dann eine Bombe da rein. Easy. Naja, das wird so nix. Das ist halt echt gerade da rein, ne? So. Will das was? Ja. Das sieht gut aus. Jut. Jo. Dann graben wir uns mal ein und machen hier unten weiter. Aha. Okay, weiter kommen wir hier noch nicht. Einmal wieder zurück. Dann da durch, das Vieh töten und gucken wir, wo wir dann weiterkommen. Jo. Jo. Und dann in die Lava geschmissen. Und dann in die Lava geschmissen. Oh, okay. Oh, 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 oh. Äh, no comment. Okay, ich muss die Bombe darunter werfen. Ja, nice. Okay, also Rollen nicht werfen. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Dann wollen wir mal hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob das gerade schlau ist, dass ich hier hoch springe. Oh, ist egal. Äh, okay. Okay. Hm, da geht's wieder zurück. Das schaut auch schon mal gut aus. Können wir jetzt mit dem da rüberfliegen. Dann kommen wir jetzt nämlich ganz da rüber. Ja. Und können dann die Bombe da oben reinschmeißen. Nee, komm, das machen wir nochmal. Ein paar Käferchen. Wir gehen da wieder rüber. Ein bisschen hoch. Hä? Kann ich auch einfach so daran fliegen? So, jetzt bleibt's. Die Frage ist jetzt, was hat mir das gebracht? Das Tor da ist immer noch zu. Das Tor da ist auch zu. Ähm. Finde die leuchtenden Steine, schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Den untersten. Das müsste der da sein. Der unterste. Dann der. Also, dass ich von unten nach oben gehe. Wollen wir es gucken? Nee, das war falsch. Also doch der, dann oben und dann unten. Okay. Gucken, ob das so klappt. Der. Und dann der. Schlage den Wundersten zuerst. Was hab ich noch gemacht? Okay. Okay. Das Tor hier ist aber weiterhin zu. Das Tor ist ebenfalls zu. Ähm. Der, der. Hä? Okay, jetzt sind's zwei. Doch jetzt der hier oben. So, als letzten. Okay, aber... ... äh. Ähm. Sekunde. Und dann wiederholen wir.